Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt ein sehr kurzes Video, aber ein Video mit einem Spiel, wo ich nicht so lecken sollte. Es ist so, wenn ich eben auf diese Felder komme, dann bin ich nämlich kaputt. Ich habe 8%. Ich weiß nicht, wie lange das reicht, deswegen sage ich, wir machen ein kurzes Video. Ah nein. Ich glaube, es wird auch kurz vorm Verzweifeln. Also ich bin schon vorm Verzweifeln. Ich bin beim Verzweifeln. Ja. So. So. Nein. Nein. Darum seht ihr übrigens, wie hoch man da muss. Also dieser Streife 58 steht. Bis 59 sieht man, wie weit man schon ist. Wir haben schon ein bisschen. Nicht viel. Aber ein bisschen haben wir. So. So. Da können wir noch hüpfen. Die drehen sich schon. Oh nein. Wir hatten schon mehr wie die Hälfte. So. Da bin ich jetzt auf das Feld gekommen, weil wenn man viele runterhüpft, dann wird die gebrochen irgendwie. Keine Ahnung. Ich verstehe Silber nicht. Und der hüpft immer viel zu schnell. Da. Da müssen wir hin. Da. Oh. Oh. Das sah. Sehr. Ja, ja. Ja, das sah super aus. Mhm. Es sah mal super aus. Sag ich noch so. Ah. Oh, aber so verzweifeln. Tun wir jetzt nicht, oder? Ich lade sie ihr Tablet auf. Was denken sie, was ich die ganze Zeit mache? Ich lade sie jetzt so sitzen. Egal. Ja, meine Ladebüchse hat ein kleines Problemchen. Ich sag's nur mal so. Irgendwann wird es sein, dass meine Aufnahme mittendrin ausgeht. Und dann halt kein Video kommt. Aber wir gucken mal. Wir gucken. Oh, nein. Das war schlecht von mir. Okay, aber ich verspreche, dass wir die Runde schaffen. Wenn wir die nicht schaffen, dann weiß ich nicht, was dann... So. Oh, nein. Muss das sein? Okay. 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 so das hilft eine menge und das hilft ein bisschen nicht dann können wir noch hier dann hüpfen wir hier haben wir schon viel wir haben viel nein das war ein falter wir müssen diese runde nicht schaffen dann weiß ich auch nicht wann wir es schaffen jetzt sieht es nicht gut aus also das sieht gut aus also ihr versteht schon was ich mein oder nicht doch wir hoffen weil das wir schaffen ihr könnt ihr mal sagen wenn wir wieder eine reaktion wieder machen sollen auf was wir reagieren sollen bis jetzt also die runde habe ich war gehabt und jetzt gucken wir mal ob ich die schafft wenn ich die nicht schafft dann dürfte meine kommentare schreiben was ich machen soll man könnte auch was fieses rein schreiben aber ihr müsst euch was überlegen zwei prozent hackt ich glaube sagt also ich sage schon mal schau und bis morgen also erter